Aber ich denke, Dirt macht am meisten Sinn. Das sieht nur ein bisschen natürlich aus. Schussscharte. Erlaubt den Zwergen das Angreifen durch den sicheren Bugwall hindurch? Oh, das klingt gut. Oh, ich habe jetzt Tesla-Türme. Nein, habe ich noch nicht. Ich brauche erstmal Gold. Das war übrigens ja genau ein Stichwort. Da unten kommen wir jetzt nicht mehr ran. Das ist ein guter Punkt. Hier müssen sie auch noch weiterarbeiten. Ich glaube, ich übernehme mal ganz kurz die Kontrolle über einen Zwerg. Zwar den Zwerg, der jetzt hier rauskommt. Du. Du bist auserkoren. So. Füllen. Füllen. Das ist echt irre praktisch, dass er nicht zurück zum Lager laufen muss. Kann ich das zumachen? Okay. Oh, das geht richtig gut. Kann ich das da drüber machen? Nein. Okay. Das kurz abbauen. Ching. Ching. So. Zu. Zu. Warum sind da unten eigentlich meine Scaffoldings? Sehr komisch. Zu. Zu. Sehr schön. So können wir richtig schnell was zumachen. Können wir dich töten? Ja. Overkill. Wir müssen eigentlich nur irgendwo einen Beholder suchen. Der nimmt die Kontrolle über einen Zwerg und legt einen Dirk-Block auf den Beholder. Schwupp ist er tot. Gut. Das wäre irgendwie ganz schön das Ausnutzen der Spielmechaniker. So. So. Da hochkommen wir nicht. Nein. Also. Scaffolding. Auf eine Pflanze. Nein. Müssen wir jetzt mal abbauen. Okay. Weg. Weg. So. Oh. Oh. Das freu ich nicht. Da bist du wieder. Okay. Du. Kontrolle übernehmen. Weg. 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 Äh. Du kannst doch Sachen abbauen. Ja. Aus dem Haus. Also. Ich glaube es reicht ja erstmal hier anarbeiten. Dann muss ich ja nicht übertreiben. So. Du bekommst ein neues Portal. Nach Hause. Scaffolding. Nehmen wir mit. Oh. Ledersessel. Komfort 7. Muss. Hört sich schick an. Ledersessel. Nadel. Haben wir. Leder. Haben wir. Holz. Haben wir en masse. Bretter haben wir. Eins. Zwei. Drei. Ledersessel. Wird gebaut. Oh. Da fehlt. Deko zurück. Weg. So. Das muss weg. 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 Du musst tot. Ja, hier müssen wir uns noch was einfallen lassen, wie wir besser unserer Festung rauskommen. Aber wenn das jetzt unsere wirkliche Bodenhöhe ist, dann müsste hier eigentlich der Ausgang sein später. Aber Details und so. Hallo Zombie. Das muss auch noch alles zu. Boah, wir haben so viel zu tun. Hilft nix. Das. Ersetzen, setzen, setzen. Obwohl, nee, hier unten war ja wirklich der Keller. Den Keller wollten wir anders dekorieren. Ich würde ja auch gar nicht mehr so fest tun dazu. Das kann ruhig alles einfach nur Stein im Hintergrund sein. Gib ihm. Du brauchst die Ledersessel, Haus komplett. Sehr gut. Oh. Ups. War nicht geplant. Wie schaust du aus? Boah, das passt zu einer Mine. Ist ja quasi der Mine-Eingang hier mit den Schmieden und so weiter. So. Ledersessel plumps. Das alles muss noch Steinboden werden. Die Tür muss raus. Die Tür muss da hin. Und ich mach mal ganz kurz die Scaffoldings hier weg. Da muss jetzt Dirt hin. Da muss ich auch überall Dirt hin. Da und da auch. Jetzt mach ich hier mal ein Portal auf. Kommt da jetzt irgendein Zwerg raus, den ich kurz übernehmen könnte? Ah, du hast da was vor. Okay. Du. Control übernehmen. Dirt. 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 So. Da muss jetzt ein Loch rein. Hä, das ist Dirt. Oh, okay. Geht nicht. Da kommt jetzt eine Tür rein. Haben wir Tür auf Vorrat? Ja, haben wir. Okay. Du. Tür. Da. So. Das Ding da oben kann weg. Die Mauer. Die Mauer muss weg. So. Da kommt Dirt mit hin. Da kommt es noch nicht an. Okay. Das muss das jetzt werden durch eine richtige Mauer. Lager. Ist das die richtige Mauer, die wir haben wollen? Oder gibt es noch was stabileres als das? Sehe ich so nicht. Also ja, Steinwall. Das da weg. Oh. Stein. Stein. Und da kommt gleich eine Schießscharte hin. Auch wenn wir eigentlich alle unsere Zwerge mit Bögen ersetzen müssen, ne? Ich weiß nicht, wie ich das so toll finde. So. Schutzmauer Nummer 1. Jetzt kommt wieder Dirt, Dirt. Und dann kommt die nächste Schutzmauer. Und wenn wir später Tester-Türmer haben, gucken wir mal, ob wir die einfach so da raufsetzen können. Raus, das Zwerg. So. Dirt. 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 Geh schnell weg, bevor du stirbst. So. So. Pöbelt mich an mit seinem Tee? Was zur Hölle? Das da muss weg. Geh, geh, geh arbeiten. So, du. Komm. So, wir frei. Nein, nein. Nicht das da. Das da weg. Das da tot. Das da setzen durch. Vorne Stein. So. Und hier muss noch ganz viel gemacht werden. Du weg, du weg. Du weg. Das hier alles ersetzen durch. Richtigen Gestein. Also durch unser Gestein. Portal. Oben auf dem Dach. Ersetzt der Stein. 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 Gut. Mine. Mine sieht minig aus. Oder mini-ger als vorher. Wir brauchen aber auch hier Türen. Die wir noch gar nicht haben. Baue Steinball. Also Tür, Tür. Mitri. Ja. Mitri-Rüstung. Okay. Das hätte ich gerne aufgefüllt. Euch hätte ich gerne getötet. Dich hätte ich gerne aufgesammelt. Dich hätte ich gerne aufgesammelt. Dich hätte ich gerne abgebaut. Hier hätte ich gerne ganz langen Korridor durch. Bis zum Ende der Karte, wenn es sein muss. Dementsprechend müssen die Fackeln alle weg. Und von unten das Ganze aufgefüllt werden. So. Ja, zwei Mauern. Ah, das nimmt doch langsam Form an. Langbogen. Verbesserter Bogen für größere Reichweite. Für Ursache größeren Schaden. Das heißt, theoretisch könnten wir später hier oben in Zwergen kontrollieren. Das wäre auch was Neues. Im Kampf haben wir gleich noch gar kein Zwerg kontrolliert. Hier oben hinstellen, kontrollieren und dann hier runter tackern lassen. Wobei, wenn die hier stehen, wäre die Mauer dann im Weg. Und es regnet nur auf den Ork. Das ist irgendwie rassistisch. Von wem auch immer da oben ist. Okay, den Ork und das ganze östliche Gebiet hier. Oh, Wildschweine. Weg, 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 weg. Wir brauchen ganz viel Leder und Stoff und was weiß ich für anderes. Für stufiges Zeug. Hunger, Hunger. Ihr portet euch hoffentlich hin und läuft nicht. Was zur Hölle? Okay. Wir haben echt komische Fleckchen hier auf der Karte. Zwischen einer hier? Nö, warum auch? Oh, sehr schön. Das, das, das zu. Das, das kann auch schon mal zu. Warum machst du mit dem Schwert da so komische Sachen? Ja, hier, 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 hier. Nicht, nicht, ja. Das ist doch die Abkürzung. So, kämpft ihr jetzt wenigstens in die Wildschweine? Ja, kämpft ihr, sehr gut. Angar, Angar. Ganz viel Fleisch und Knochen und Leder und überhaupt. Sehr, sehr gut. Das Wasser muss alles auch noch weg. Das da auf jeden Fall auch. Das Ding. Das Ding ist ein kleines Problem. Aber wir machen einfach so einen kleinen Hügel hier hinten, als wenn er dahin gehört, hören würde und dann passt das auch schon. So, da will zu. Jo. Zu, zu. Entferne Fackel. Dirt. So, Fackeln, das willst du ja ein paar überhaben. 41 Stück. Ja, das nenne ich über. So, also. Hier ist der Ausgang von unserer Festung. Hier kommt eine Tür hin. Vor die Tür kommt eine Fackel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Mitrilschwert. Bloß 4 Mitrilbarren. Aber ich denke, jetzt kommen wir langsam an die Stelle, wo wir die tollen Rezepte bekommen. Ich hatte ja vorher die Theorie, dass wir nicht die super Rezepte am Anfang bekommen können. Aber da wir jetzt doch schon recht viele Rezepte haben, haben wir jetzt auch die Chance, die guten Rezepte zu bekommen. Wie halt Mitrilrüstung, Mitrilwaffen, dieser Tesla-Turm und so weiter und so weiter. So, genau. Mach das mal zu. Das weg, das weg, das zu. Das, das, das alles auffüllen. So. Das hier alles abbauen, der könnte da wildkühlig töten. Die dürfte ja nicht wirklich eine Gefahr darstellen. So. Hier habt ihr noch gar nichts gemacht, sehe ich gerade. Und das sieht doof aus. Zip, 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 zip. Viermal klicken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo. Tick, 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 tick. Die Sofa sind fertig. Da. Also Sofa. Was ist denn da los? Sofa kommt hinten in die Ecke. Stuck und drüber Sofa. So, ich würde auch gerne das Lager später auslagern. Und zwar, dass es nicht hier ist, sondern oben irgendwo. So, dass wir denn hier wirklich in diesem Bereich, in dem Sternchenbereich, nur Betten haben. Und alle Werkstätten drüber oder drunter. So, äh, setze Erde, setze Erde. Oh. Du bist grumpig. Entferne Holstür. Warum bist du grumpig? Ah, Haus komplett. Jetzt gleich nicht mehr. Tut mir leid, Totem. Tut mir echt leid. Das mache ich nicht absichtlich. So, da, Sofa hin. Mach die, oh. Mach die Warn zu. So, Paarro Steinwall. Also, ja, später kommt eine Schießscharte hin, aber erstmal nur Bunker und so, ne? Portal dahin. Weg. 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 Weg, weg, weg. Wasser kann auch nicht weg. Haus komplett. 83%. Ich frage mich, ob es irgendeinen Bonus gibt bei 100%. Ne, ich... Pff. Warte mal. Das sieht irgendwie besser aus, oder? Hm. Hm. Ich weiß nicht. Aber der Vollständigkeit halber... Egal, ob es gut aussieht oder nicht, muss ich jetzt weitermachen. Du... Zu... Die sind wieder am Schnacken. Jungs, das kann doch nicht angehen. Hier brauche ich so viele Aufträge, die ihr nicht erfüllen könnt. Weg. 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 Sammel Wasser. Sammel Wasser. Graben. 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 So. Jetzt arbeiten. Das und das auch weg. Das und das und das und das auch weg. So. Lasst mich jetzt weiter Deko-Zeug machen. Überall fallen Schriftrollen runter. Die wollen mich echt nicht hier in Ruhe... ...rumzwieseln lassen. Also ja. Ich bin nicht wirklich damit zufrieden. Das sieht mir alles zu grau und grau aus. Aber ich denke, nach und nach werden noch ein paar andere Blöcke freigeschaltet. Und dann können wir gucken, durch was wir die ersetzen. So. Das wäre jetzt der grau und graue Look. Hinten ein Stück. Tragende Elemente sind die Steinmauern. Und unten haben wir halt einfach nur Stein. Um halt zu zeigen, dass hier der Mineingang ist. Das ist jetzt Erde. Das ist jetzt Erde. Das ist jetzt Erde. Flup, flup, flup. Silberspitzhacke. Wir haben kein Silber. Wir haben auch fast kein Gold. Wir kümmern uns gerade nur um Deko-Sachen. Obwohl die nächste Welle in sieben Minuten da ist. Wir sind Zwerge. Wir machen sowas. So. Vor die Haustür kommt eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zip. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zip. Weg mit dir. Stirb. Ah, sieht doch schick aus. Schick, 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 schick. So. Das da weg. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nicht, nicht, nicht. Alles weg, weg, weg. Wir sollten keinen Kampf jetzt provozieren, weil halt in sechs Minuten oder sieben Minuten die nächste Welle kommt, die ja doch stärker sein soll als alle Wellen ins Vor. Also wahrscheinlich einfach nur ein, zwei Skelette mehr, aber pfff. Äh, Bau Erde. Für den Rückweg kriegt der... Es wird dann so ein bisschen sparsamer werden mit dem Mana. Brauchen wir auch für andere Sachen und so schnell kommt das nicht wieder. Das da weg, das da weg. Was das Öl übrigens angefühlt hat, ein Feuerball. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 20 Kommentare bekommen insgesamt. Also Kommentare, PMs, Steam-Nachrichten, was weiß ich. Ich weiß jetzt, wie das Öl funktioniert. Aber ich werde es nicht benutzen. Weil ich im Spiel jetzt noch nicht rausgefunden habe. Aber ich denke mal, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Da einen Topf. So. Gemischter Salat, nee. Bratenerfisch braucht Öl, Brötchen braucht Mehl. Mehl können wir herstellen, oder? Weizenkörner, eher U. Wir haben keine Mühle. Da war der Haken. Du bist... Hey, wo sind die 3% hin? Das ist komisch. Na gut. Kann ich mit leben. Weg, 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 weg. Oh, wir haben hier gut was zum Abtragen. Die Wildschweine können wir später auch noch töten. Aber ich denke, wir sollen jetzt mal eine kleine Pause machen. Und in den nächsten Folgen sollten wir uns weniger um die Dekosachen kümmern, sondern eher darum, die Welle zu überleben. Und Silber, Gold und Mithril zu finden. Damit wir uns ein paar mehr von den tollen Rüstungen herstellen können. Mithrilhelm zum Beispiel. Obwohl, dafür haben wir bei weitem nicht genug Mithril. Aber ja, wir sehen uns dann gleich wieder.